Hallo Leute, herzlich willkommen zum nächsten Part von Minekraft, einem Battle, einem ganz besonderen Battle diesmal, denn wir sind zu dritt mit Tobi und Benni, hallo ihr beiden, und dieses Mal Ultra-Hartor, das wird zu hart kommen. Das ist eigentlich ganz billig, das was wir jeden Tag machen und überhaupt keine Schwierigkeit. Wir kriegen kein Leben wieder und es sind Monster an, dieses Mal, in dem Satz zu den anderen. Das ist quasi doppelte Schwierigkeit, oder wie immer. Ich hab Angst. Aber ich hab mehr Angst vor Monstern als vor euch. Ich glaub das wird nicht lange dauern, weil wir überhaupt nicht eingespielt sind. Achso, vor der Stunde hier Spawn-Dienst, oder wie man es auch nennt, startet. Schon mal gut. Ich komm grad mit meiner Maus einstellen, das ist nicht klar. Aber es ist ja erstmal egal. Wir wollen ja nicht schon zu Beginn herumflamen. Was heißt zu Beginn? Alter, ich darf nicht so springen, Alter. Wenn man so kräglich stirbt wie ich das letzte Mal, dann ist es schon ein bisschen frustrierend. Das Typ meinen ist wie immer nicht erlaubt. Runterbuddeln auch nicht. Aber hochbuddeln. Was runterbuddeln ist erlaubt? Nein, runterbuddeln ist nicht erlaubt. Achso. Und Daniel ist schon wieder her. Hä? Ja. Ihr habt gesagt so. Achso. Weil ich grad was gemacht hab. Meine Lieder. Wie er mich jedes Mal am Wisswort steht. Ach du hast grad dein, 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 na. Was soll ich jetzt überhaupt sagen? Achso. Penis? Ja, mein. Na? Vielleicht. Oh, Alter, hast du schon wieder falsch entwickelt. Ähm. Dein Dier-Schwert wird mir bastelt. Wollte ich sagen. Da. Lalalalalala. Gib mir Fleisch. Ich bin noch am Stein Sachen machen. Echt? Ich hab jetzt jetzt Holz abgebaut. Äh, brauche ich noch irgendwas? Ein bisschen Holz für Öfen. Baue ich die Kohle da unter Wasser ab? Hm. Überlegen. Nein. Was da? Boah, ich bin voll vor da. Ich hab dort ein Flash gefunden. Boah, richtig hardcore. Gefunden oder von einem Zombie? Tatsächlich gefunden. Ich weiß ja auch nicht warum das noch da ist. Jetzt hier natürlich ganz viele Tiere, wo ich durch den Dungel gehört bin, um Rinder zu jagen, dann können wir natürlich keine Tiere schweigen. Super. Da bin ich hin. Da. Da bin ich hin. Ja, die Bäume sind leicht gefährlich, meinst du dich auch, Benni? Für die Schweine offensichtlich nicht. Ich bin ja auch. Ja, ne? Da sind halt voll krass drauf und so die Schweine. Ja. 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 Aber das sag ich. Das könnte schon sein, ja. Da könntest du recht haben. So, alles was ich jetzt will, ist Sachen finden. Kein Leben verlieren. Kommt schon Sachen, ja, das haben wir gefunden. Wie kann man am besten ein Äpfel? Das ist die Frage. Ah, jetzt schon ein Äpfel. Ähm, diese komischen Dschungelbärme werfen gar kein Äpfel ab? Glaube ich nicht, nein. Wir haben ja immerhin schon diese Kokosnack holen. Äh, ich meine, die Dingsdinge. Kokosnack holen. Kommt nicht auf Kokosnack holen. Dafür brauchst du dann aber noch, um was Essbares rauszumachen. Zucker und, ähm, und was anderes. Weizen. Naja, also ich habe nicht gedacht, dass ich mache. Nicht, wenn eigentlich das sinnvoll ist. Boah. Boah. Ich war gerade so vorsichtig. Ich dachte gerade zwei Glöcke falsch an. Äh, äh, zwei Blöcke runter. Dingsding. Unverschämt. Ich verstehe nicht, warum ich nur 20 FPS habe bei meiner Aufnahme. Boah. Ich habe 38. Ja, ich nehme gerade mit DxTobi auf. Achso. Und Tobi, für Iwin, für Battle? Ne, danke. Für Iwin ist doch langweilig. Für dir. Ja, das, das, das ist ja unmöglich, ja. Das ist ja nun vollkommen hochgegriffen. Ich glaube, ich muss das mit DxTobi nochmal ein bisschen da reinstellen. Scheiße. Tja. Das war ein halbes... Boah, ein Scherzchen. Boah, ein Scherzchen. Ja. Boah, Daniel. Das war falsch an. Das wird dich ein Sieg gekostet haben. Das war leider falsch an. Wenn, dann wäre das so ärgerlich. Alter, das kann man vorher nicht sagen. Alter, ich... Ich habe nicht genügend. Heute stelle ich mich lieber über den einen Scherzchen. Ich habe nicht genügend. Heute stelle ich mich lieber über den einen Scherzchen. von Glottesie. Ja, ich höre die Meilenkraftmusik. Oh. Hm. Ist jetzt doof. Ach, 18fps werden schon in Ordnung sein. Oh, ja. Will jetzt aber auch nicht... Tobi, ach, ich will jetzt echt ausreichen. für meinen Kopf finde ich, denke ich. Wie viel hattest du bei deinem alten PC? Da sieht man gar nix aus. Nein, ich hab nie aufgenommen mit meinem alten PC. Achso, du kannst das trotzdem sehen. Ne, auch nicht. Das ist ja fast schon so einfach. Rames hab ich nie geguckt. Nein, doch Musik ist einfach, wenn sie da ist, dann ist es total aufträglich. Ich hab keine. Das ist komplett cool, ich bin grad nicht mal hörlich. Ich bin nur in so einem offenen Schlüch... Schlüchchen, muss ich fast sagen. Und alles, was ich höre, ist, dass mein Creeper der psst macht. Alter. Der ist dann irgendwo runtergefallen. Oh, war doch gerade fast abgebaut. Daniel, wie lange läuft der Teilnehmer? Alter, war einfach musikisch. Acht Minuten. So. Ich hab ne Scheiß auf Minecraft Musik. Ich hab das Gefühl, dass Tobi hinter mir ist. Ich hab das Gefühl, dass du immer in meiner Nähe bist, weil wir beide Juniors sehen, Benni. Das ist ja nur vollkommen unbegründet. Aber die Tatsache, dass du das Gefühl hast, dass ich ein Blöde bin, ist begründet, ja? Ja. Aber ich will die Rainbow Distance nicht noch weiter runterschrauben. Warte, ich hab noch nicht meine Höhle gefunden. Wie sieht's aus mit Taten-Nacht-Situation? Ah, scheiße. Ja, Daniel, oder, na? Alter, ich hatte grad fast Schaden gekriegt, weil ich die Winzer essen hatte. Huh. Wenn nicht, muss ich mich halt, muss ich mich halt zwei Blöde runter bauen und den, und den, und die Nacht abwarten. Alter, das gibt's nicht. Naja, ne, der an dir runter bauen ist verboten. N-n-n Zombie mit Kettenrüstung, das gibt's nicht. Oh, ja, das kann sein. Ich hab nämlich, glaub ich, auf normal alles stehen. Och, naja. Was hat man sonst gespielt? Nein. Naja, easy. Oh, easy ist einfach. Ach, ne. Easy ist einfach. Die Aussage. Ich würd' jetzt gerne ein dummes Kommentar bringen, allerdings, weil die Aussage ja nicht gerade... Dumm. Eigentlich war ja richtig. Naja, dumm war's irgendwie schon. Hier kommen so viele Zombies. Ich werde gleich mal Zombies angegriffen, wie verrückt. Noch hast du zu wenig, streng dich mal an, ne? Oh, Mann. Wieso sagst du? Oh, nein, 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 nein. Das ist so uncool. Oh, fuck, jetzt schnell nach ne Höhle suchen. Ja, ich hab immer noch keine, Daniel. Kacke grad, ne? Oh, es wird schon dunkel. Ja. Bisschen kacke. Ja. Brinden wir doch mal. Ja, schau mal. Die erschrecken mich auch immer so. Sie gaben Zelt, ihr habt ihr Laute gemacht, ihr dreckigen Kreaturen. Nein, ich hab mir ein Schwerdeck geschmissen. Erstmal tauchen. Das ist das Beste, was du machen kannst in der Situation. Oh, oh, oh. Sag, warum finde ich denn hier keine Höhle? Geil. Boah, geile Höhle. Kann ich mich hier von... Hier werde ich mich jetzt... Hier werde ich mich erst einmal verstecken. Ich werde am nächsten... Ich werde das mal in Ruhe braten und alles. Das dauert seine Zeit. Bei dem Fleisch, was ich gefunden habe. Boah, schon bedauert er, wie der mich angreift. Alter, wenn ich... Wenn ich... Wenn ich... Boah, halt doch schnell ne Fahrt der machen, sonst spawnt der hinter mir. Drei Zombies! Das gibt's nicht. Das ist unmenschlich. Dann bleib ich einfach... Skelett, Skelett, Skelett... Alter, ich... Ich will mich ja nicht einfach einbauen irgendwo, aber ich hab irgendwie so richtig... Ich dachte, ich war jetzt hier von Skeletten bombardiert. Und wer flüchtet zu mir in meine Höhle? Tobi? Ach schon. Alter! Alter! Alter, das gibt's nicht. Ich hab Schaden. Ja dann, wenn ihr keine Sorge seid. Alter! Alter! 4, 5 Zombies! 5 Zombies! Das ist... Das ist nicht immer. So... Machen wir... Kümmern wir uns mal ein bisschen um das Dies, was es ist. Machen wir uns mal ne Schaufel. Vielleicht trete ich ein bisschen Flint raus in der Nacht. Toi! Jetzt hab ich ne Höhle gefunden. Ein... Einziges Manko... Ist eventuell bewacht. Von? Alter! Skelett! Mein Leben... Äh... Äh... Geh... Äh... 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 Oh... Alter, Benny, was... Was... Was geht denn bei dir? Ja! Creeper! 20 Zombies! Ein Skelett! Ich geh drauf! Geh hier drauf! Ja! Sechs! Das geht nicht, Alter! So viele Zombies! Das ist nicht normal, ey! Oh, hallo, Creeper! Ach, Creeperchen! Hallo! Ich durfte eigentlich nichts mehr rum... Ja, geht nicht, Alter! Und... und Ding! Okay, ich hab das Gefühl, dass die Runde sehr... Na, du hast noch drei... Du kannst... Du... Also, wir sind noch in der Zeit, also du darfst noch mal anfangen! Hä? Na, wir... Ich hab's diese Rede jemals! Oder... Oder nach deinen Sachen suchen, eventuell! Weil die Rede ja so hatten! Tobi hat mich ja irgendwo jetzt... Eher in der Zeit weggefordert! Ich weiß ja auch nicht, wo ich... Wo ich war! Wo ich bin! Bei mir ist es dunkel, nachts! Und den Scheiben, den ich kriege, kriege ich nicht wieder! Dann... 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 Wär mal ehrlich sein! Aber das heißt dann wohl... GG! Ja! Ich hätte jetzt... Ich hätte jetzt zwar... Gesagt, äh... Sich war jetzt nicht gewesen, komm, scheiß auf das eine Mal, aber... Ja... Wie will das denn jetzt überleben in der Nacht? Ja... Das ist es! Oh, ich dachte, ich hätte eine Hürde von euch gefunden! Ja, von euch! Aber das ist ja nun leider nicht! Oh, die Hürde! Na, Daniel, wie geht's dir so? Gut, und ja? Wo bist du? Ach, du fließt! Keine Ahnung, irgendwo... Ich warte... Das wird die längste Runde ever! Also, das müssen wir echt noch üben! also ich gehe nicht raus bevor ihr irgendwie zart wird wollen wir uns dann betteln toby damit zu ende ist und wir eventuell noch eine runde machen können es ist 20 11 die wird wahrscheinlich dann etwas länger werden wenn du auf easy stellen muss ich finde auch ultra ist in teams besser da passt mal mehr aufeinander auf also ich glaube wir sollten das für ziehen wir sollten wenn man team machen ultra hardcore spielen nicht dagegen aber das war gerade echt hammerhart aber die zombie ich war nur von zombies weil ich gerade in der hülle ist nicht raus weil ich gegen fünf keine chance mehr hatte und draußen war das creeper und das geht auch nicht das war nicht mehr feierlich ganz der man tut und ob da einen von uns findest aber welchen tor dich bist denn bernie und damit wäre die schutzzeit vorbei wenn ich zum anderen tor ist muss gerade ein mpc-züblich fertig mit dem halben leben so meine kohle sind x 30 z 210 zu zählen. So bist du Z-Rund 300 und X-Rund 20 Blöcke weg. Oh, Hi, Creeper, bitte ich überlebe. Zwei Creeper. Noch eine NPC ist aber ein Bild noch rein. Oh, zwei Skilette sind tot. Können ihr es nach? Ja, gibt es die Nacht. Ja, ist es noch. Aber ich sehe gerade ein Mond hier etwas untergehen. Ja, der liegt schon langsam unter. Das ist gut. Ich habe nämlich genug Tees abgebaut. Ich habe zwölf Feuersteine draus gekriegt. Ich habe nur vier Herzen. Wie macht man ein Buch eigentlich? Weißt du das, Domi? Mhm. Wie man ein Buch macht. Ähm. Drei Leder und drei Papier, oder? Keine Ahnung. Leute, das Morgenrot erscheint. Das Morgenrot... Ja, ich tue gerade dem Skilett zu, was es da so macht. Es dreht sich. Wie das Skilett da nicht tot ist, glaube ich nicht raus, weil ich sonst ins Wasser springen muss. Wenn ich dann im Wasser den Skilett null Chance habe. Wurde mich gerade ein bisschen in meiner mehr oder weniger Höhle etwas beiseite. Es ist Tag. Es ist Tag. Ihr könnt euch betteln. Ja, Tobi, komm mal raus. Die Skelette verbrennen noch nicht. Komm mal raus. Los. Was? Oh. Jetzt ist es despawned. Okay, ich gehe raus. Wo bist du, Tobi? So. Warte, 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 warte. Da... Mich greifen so ein paar Zombies an. Also ich bin... Ich bin beim Dschungel. Oh, wow! Welchen? Es gibt nur einen. Der ist aber riesig. Oder? Sind das zwei Dschungel? Keine Ahnung. Es sind zwei Dschungel. Ich bin bei X200 und Z374. Okay, du bist... Ungefähr 200, 300. Ähm, ich bin bei... X110 und Z636. Lass mal auf... Ungefähr aufeinander zukommen. Jo. Z600. Mhm. Ja. Nur was, aber komm, bis ich auch... Ich auch... Ich auch hier hinkomm. Oh my fucking god, hier ist ja eine Hölle. Ach, ich hab Bennys Hölle gefunden. Kein Wunder, dass du da von Zombies umlagern... ...gelagert wurdest, ey. Ich mein, du hast mein Ort gefunden? Ja. Hm, da kannst du ja alles nehmen, was da ist. Ja, ne, da ist ja jetzt aber nix. Alles, dann machen wir jetzt Battle. Wir hatten aber drei Öfen und ein Wirkfeld. Und den Öfen waren noch voll. Äh, was hattest du für Ausrüstung, Benni? Schwert? Stein. Und ich hatte ein... Ich hatte ein... Äh... Ich hab überhaupt ein Eisen. Das hat das... Du hattest ein Eisen, Alter. Glückwunsch. Der hätte ich schon die Schaufel mitmachen können. Mhm. Der wäre schon ein mächtiges Battle geworden, ne? Bist du in dem... Bist du in dem Wald drin, ne? Ich bin nicht wirklich im Wald. Ich bin auf der geraden... Auf so ner geraden Fläche. Ja, da bin ich auch irgendwo. Ja, bleib mal da, wo du grad bist. Also, über mir ist hier... Aber komm dann... Ich bin bei X386 und Z472. Und du? X300 und noch was und Z was? Z470. Du hast es geschafft, den da hinzulaufen. Soll ich in Richtung Z600 kommen wieder, oder? Nein, du darfst nicht noch dumm stehen. Ich bleib dumm stehen. Das Einzige, was ich kann. Was ich gut kann. So, wo bist du nochmal genau? X385 und Z470. Das ist so Grasland mit Schnee und Juni. Und... Wald. Ernsthaft? Kein Kommentar dazu, Daniel. Warum? Ich bin ein bisschen in deine Richtung gelaufen. Da in die falsche Richtung gelaufen bist du. Ich habe zumindest Z weiter runter gemacht. X ist ungefähr bei 300. Hallo, Daniel. Achso, dann. Warte. Bist bereit? Bist bereit? Bist bereit? Warte. Ich will was essen. Was hast du für ein Schwert? Ja. Warte, nicht. Es sei denn, hat irgendwas gelootet. Stehst du da wirklich nur rum, oder legst du extrem? Du stehst wirklich nur rum. Bereit? Warte kurz. Ben hier hat teleportiert. Achso. Jetzt sehe ich ihn. Okay. Ja, warte. Ich komme auf. Was hat der für ein Schwert? Holzschwert? Was hast du für ein Schwert? Eisen. Alter. Ich habe vier Eisen gefunden. Ich meine keine Rüstung mit Holz und Eisenschwerden. Was ist das denn? Lol. Zwei Schlägen. Das ist... Das ist ja richtig bitter. Das ist ja richtig bitter. Das ist leicht OP. Lol, Daniel hat auch noch zwei. Daniel hat wahrscheinlich auf ihn eingeknippelt. Ja. 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 Okay. Können wir jetzt mal bitte ohne Ultra-Hardtor. Das war jetzt hart. Daniel laden wir das so? Das laden wir auch. Beste Runde, Alter. Das ist okay. Dann mach mal ab und wir müssen ja nachgucken, ob das mit den Frames so hinhaut oder nicht. Hm. Du, dann war's das von dieser Ultra-Hardtor-Runde und ihr habt uns eine Entscheidung gehört. Bei 10 Runden werden wir Ultra-Hardtor spielen und... Wir werden also... Warum geht's denn das denn? Ansonsten wird's höchstwahrscheinlich... Ähm, hier Dingsrunde geben, normale Runden. Tüdelü, bis dann, haut rein, tschau Leute.